Mh Mh Erstmal draufschlagen Feuermodus wechseln oder wie geht das? Ne doch, kann man schon, aber wie geht das? Jo Lock lieber nicht nochmal auf den Tisch, da geht's schon gut Ich loot alles Ich hab hier unten aus dem Boot raus Was? Oh Das Boot fährt im Kreis Ja ich hab schon zwei Löcher dran, ich weiß nicht wie die herkommt Was? Oh 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 Friendly Friendly No Die Einstellung Ey ich glaub das landet auf Youtube, Alter Wie du jetzt immer alles bekommst Wie du jetzt immer alles bekommst So 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 Okay Du Schwein Ach gibt's überhaupt ne Zone? Oh shit Ach nicht Was ist dieser rote, diese rote Bunte? Ah ok Dangerous If they do it, it's dangerous Oh shit, oh shit Oh god Oh god Halt Unbroodly Friendly Friendly Nein What the fuck Das hat mich tatsächlich überfahren, Alter Dramatische 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 Vielen Dank.